Musik 14. Mai! Und du noch kein Maxi, Richard, oder das? Das Schlossheng. Das Schlossheng? Ich bin ein Schlosser, oder? Ja, dann schauen wir mal, was der Deutz für Schlosserkünste hat. Einmal Pedalwellenverlängerung, einmal Zünd. Zündkerzen, Stecker, Schuh. Schuh, das man nicht tut. Genau. Dann ist das Moped Pickerl fertig. Nicht einmal einen Düppenschein. Ein Düppenschein ist oben in der Mappen mit dem Kastl. Keine Sache gehen. Okay. Haben wir den dazu gekriegt, oder was? Damals war es ein Missgestellten. Ich glaube, wir haben ihn. Das ist ein Glittertropel. Bis als heute, da liegt es. Ha, 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 ha. Der. Meine Damen und Herren. Das müssen wir gemischt auch noch rühren, oder? Hast du keinen gemischt daheim? Oh ja, ich habe Benzin gekauft, extra noch, wie es der war. Um 1,90. Ja. Jetzt kostet ein 70. Ich hätte den drängen können. Sofern sie... Hast du noch einmal runtergelegt für die Kamera? Nein, du. Jetzt habe ich gesehen, da tut ein Bagerunternehmen, macht YouTube-Videos. Bis dann. Flugtag. Was war da los? Ich müsste das so einmal rausbringen. Ja. Eine Dachsfabrik. Alter, vater! Damals haben wir es von da hinten irgendwo Führergeräumt. Wo haben sie die erworben? Schau her. Unten in der Schodergräum. Haben wir es ausgeroben. Ich meine, es braucht, dass du schon einmal kommst. Da wir mit einem Frontlader ausbaggerten. Danke. Die rennt jetzt auch? Ja. Weil sie auch einmal herkriegt. Das ist ja kein Auspuff. Was? Was? Letzte Dachsfabrik. Was tun wir jetzt? Alter, der ist so schön vom Lack, oder? Zum Ersten? Ich spritze das wieder mit dem Schlauch an. Ja, was zum Zicken? Ja, Dachs. Ja, das Problem ist das, oder? Zeig her. Die Saar steht mir da an, weißt du? Aha, der steht da an. Was gibt es denn da? Dachsfactory-Aureißer drauf und der steht auf. Eins nach 200. Eins nach 200. Du weißt, was rein in so ein Druckgerät und der Dreck geht nicht mehr. Das passt ja nicht. Die anderen Zühlkerzen drinnen. Die Gurten. Da geh her. Das schraubst du da da an, ja? Mhm. Zehn. Was? Ich muss dir noch ein wenig runterlassen, oder? Die Mutter, die schraubst du dann ein bisschen runter. Dann klopfst du mir einmal rein. Oder zweimal. Oder ein paar Mal. Das weiß ich noch nicht. Jetzt muss man ein paar Mal runter. So. Dann schraubst du das runter, weißt? Dann hast du mich das Gewinn mal so richtig verdroscht. Und dann gibst du ihm noch mal leicht rein. Dann tust du das runter. Mit zwei Fingern nehme ich das runter, weißt du? Okay. Als nächstes hast du bestellt im Online-Shop. Ja. Oder ein... Dax Factory... Talwellenverlängerung. Talwellenverbreiterung. Verlängerung. Schau her. Das heißt, wenn du jetzt einen Rohreißer rumhauen hast, oder einen Praterauspuff, kannst du das aufhauen. Du kannst alles machen mit dem. Dann haust du das aufhauen. Oder? Ich zwick einmal da alles an, was du zum Auszwecken hast. Dann drehen wir das ein Stück nicht, wenn Leute da durchweg. Das passt. Da passt die Haken. Und jetzt? Nein, genau dasselbe. Dort, wo das Loch ist, ist auch das Oma. Was heißt, wo das Loch ist? Das ist nur, wenn du da mit dir vorhauen kannst. So, kannst du das reinmachen? Ja. Das ist so gut. 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 Grüß euch alle miteinander. Kommst du da her? Jawoll! Wir sind wieder im geheimen Podcast-Studio. Und ihr seid jetzt einmal mit dabei. Ihr seht, wie wir das ganze machen. Dax, Revens und euer Jason King. Wir nehmen jetzt Folge 4 auf. Es wird mega geil. König, was schreibst du da? Eine geheime Botschaft. Okay. Was steht heute da? Moment, gib mir kurz. Ich muss da die wichtigen Fragen aufschreiben. Welche Fragen? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Für einen Podcast. Aha. Tags. War ich mit meinem Ufa-Podcast? So ist es. Fragen über Fragen. Auf die es auch morgen keine Antwort gibt. Was hast du da wieder für einen Geldkoffer? Da habe ich die ganze Podcast-Maschine eingebaut. In den Aktenkoffer. Tags, hilf einmal der Ram einmal weg. Seid ihr bereit da draußen? Wir werden jetzt starten. Ich muss nämlich sowieso da hergehen. Genau. Wir haben jetzt die Technik häufig im Griff. Und wir nehmen euch jetzt mit in den Einstieg. Mal schauen sie das jetzt an, ob das beim ersten Mal gleich so hinhaut. Ich bin gespannt. Jawoll, jawoll. Also heute Podcast sogar mit Verfilmung oder was? Mit Verfilmung von Ribenz. YouTube wird das wieder so eine YouTube-Geschichte. Der sammelt gerade ganz viel Videomaterial für seinen Kanal. Und wir werden jetzt diesen Podcast starten. Es ist soweit Folge 4. Es geht los. Was machen wir jetzt heute eigentlich? Moment, das war noch nicht. Das passiert öfters. Da muss man mal kurz überlegen, wie wir weiter tun. Was es ja gibt. Okay. Der Dax greift schon zu seinem Glas. Das mache ich jetzt auch. Ist nicht das selbe wie vorher. Wir starten mit der Folge 4 von How I Met My Mofa. Wie immer dieselbe Besetzung. Dieses Mal an meiner linken Seite der Motorius Dax. Jojojo. Schönen guten Abend meine Freunde. Schönen guten Abend. Und an meiner rechten Seite diesmal hat er auch die Kamera in der Hand. Der liebe Marco Ribenz. Grüß Sie. Schönen Abend. Geht das bei dir mit Kamera und Reden und Kopfhörer hast du heute auch? Ist das für dich? Bist du bereit dazu? Also. Ich habe die erste Frage. Ich habe jetzt der Mofa Jason King. Hat die Kamera übernommen. Und Rivens hat, du weißt ja viel zu schnell. Aber egal. Wir machen es ja noch ein paar Mal. Eine Frage jetzt. Hau raus. Was steht da drauf. Okay. Erzähl von deiner geilsten oder ärgsten Sturz auf der Range. Buchmaxi Range. Oder? Ja geil. Okay. Eine Frage. Das schaut mir ausschriftmäßig aus. Wie. Dax. Weil du schreibst immer Schirr. Dax. Das bleibt natürlich jetzt geheim. Das war nicht ich. Das warst du nicht? Nein. Dann hat sich der Mods ziemlich... Also der Jason King. Wer? Dann hat sich der Jason King... Wer ist dieser Geheimmods? Kennt man den? Der Jason King hat sich dann ziemlich verbessert was sein Handschrift angeht. Wahnsinn. Na gut. Passt so. Dann schon eingeschlafen. André gefreien sich, weil es endlich mal eine lange Folge sein wird. Also liebe Kamera. Ich muss das jetzt nochmal wiederholen. Wir machen ein mega geiles Gewinnspiel für unseren Podcast. In der Folge 4 gibt es dieses Mal zum allerersten Mal etwas zu gewinnen. Und zwar diese mega geile MrMover Jason King Blechtorfe. Achtung. Hört sich das? Jawoll. Schaut mega geil aus. Wir unterschreiben da jetzt... Wir haben schon wieder Kollisionen mit dem Mikro. Einfach bei dem Foto was wir dann hochladen. Die Speicherkarte ist in 55 Sekunden voll. Also zau. Passt. Dann haben wir noch Zeit. Dann machen wir gleich den Abschluss. Und zwar... Wir werden einfach... Jeder der das in die Story haut, das Bild mit der Verlinkung ist mit dabei. Alles lest sich drunter. Führt euch da draußen auf YouTube. Der Speicher ist jetzt gleich raus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye. Und tschüss. Der Dachs streitet am Telefon mit irgendwen, oder? Eine Kundschaft. Nein, 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 nein. Chinesischen Kundschaften sind das Chinesische. Wenn du jetzt da her schaust. Geht sich aus. Geht sich knapp aus, aber es geht. Jawoll. Nicht schlecht. Die Dachsverlängerung hat es wieder gerade gebrochen, nicht? Genau. Ja. Aber da ist alles perfekt sicher. Ja, passt. Ja. Okay. Ja. Theoretisch, aber die nächste ist eh wieder neu. Vorbereitungen vom Start, oder? Was haben wir da für ein Setup vorhanden? 14er Vergaser. 14er Vergaser. Er Seelzylinder. Originale Kurve wollen wir den Richard kennen. Nein. Nein. Die Gurde. Die Gurde. Da ist er drin. 50knuss. 50knuss. HPI-Zündung, oder was? Ja. Kupplung. Wie heißt denn die? HK-Reinkupplung. Wahrscheinlich. Der ist ein Reingerät, oder? Ja. Dann ist HK-Reinkupplung. Der Motorblock ist noch ein anderer. Weil den hat es mir damals zu rissen. Zu rissen. Wären wir wahrscheinlich den scheiß Vergaser anzulegen müssen. Ich glaube nämlich auch. Der ist ja 14 Tage nicht gerannt, das Moped. 14 Jahre. 14 Tage, drei Wochen. Kannst du dir die Geschichte erzählen, von wo du die Maxi hast, oder ist die geheim? Ist geheim. Ist trocken. Ist trocken, ja. Du bist ein Rad, Alter. Deren. Bin wird er ordinanceaminiert. Entschuldigung. حneni. Tafeln. Sä 1000er wird์s Angel Wirka drauf gemacht再 er annat. Allerzeit. Zitbar vergänglich. Desklarat Россожалe? Inso� hin. содdi油. worm. Ofturch wird. Aber jetzt geht es, oder? Schau, wie wir da herreiten, wie auf dem Pferd. Wie viele Bar fühlst du deine Zähne? Zehn Bar. Lade drauf, bitte. Jetzt ist es wirklich anmelden. Wie wäre eine Zulassung, scheint es so? Den musst du schon anmelden, unbedingt. Die Maufenwerke ist. Am Anfang hat es richtig geprodelt, aber 50 Euro. Hier geht's los. Die Maufenwerke ist. 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 Grüx-Man. Schau mal! Scheiße! Scheiße? Ich muss ein Start für dich! Wenn ich mich drüben habe, komme ich jetzt vorbei! Okay! Das hat mir jetzt alles Zeit gemacht! Das würde ich schon! Ja, das ist ein Start für Gasgebiet! Ja, perfekt! Super! Puh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020